Du hast ja ein ziemliches Chaos hinterlassen. Hä? Das war's doch hauptsächlich du! Du sagtest vorhin, dass du einen Bruder hast. Du sagtest allerdings nicht, wer es ist. Richtig. Und ich weiß, dass der ehemalige Nutzer der Feuerfrucht, in der Welt bekannt als Feuerfaust Ace, ebenfalls seinen Bruder hatte, und zwar den Kapitän der Strohhüte, den er mit seinem eigenen Leben beschützte. Ich gehe davon aus, dass er auch dein Bruder ist. Habt ihr eigentlich gewusst, dass man zu Brüdern wird, wenn man vor dem Anstoßen die Sargesschalen tauscht? Ja! Wir drei haben uns gegenseitig ein Versprechen gegeben. Der brüderliche Spur gilt für immer und ewig, auch über den Tod hinaus. Genau wie richtige Brüder könnt ihr nichts anderes tun, als Ärger zu veranstalten. Unglaublich, dass sie alle Brüder sind! Der Strohhut ist ein geschüchterter Pirat! Ace war Kommandant in Whitebeards Bundle! Und Sabo ist die Nummer zwei der Revolutionsarmee! Wenn mein kleiner Bruder in Not ist, werde ich alles stehen und liegen lassen und meine Aufgaben vernachlässigen, um ihm zu helfen. Egal, wo er sich auch auf der Welt befindet. Weil ich auf gar keinen Fall... Nein! Nein! Sabo! Was ist denn los? Wie der so etwas durchmachen will.